Abonnieren Sie den Abonnenten. Sie haben von meinen Wangen und meiner Küche gehört. Ich denke, dass dieser Böhr nur mit flüssigem Öl hergestellt wird, aber nur Mehlwasser, Salz und sehr wenig. Ich bin müde von Hefe mit einem extrem leckeren Böhrig-Rezept. Ich werde sofort getan werden, indem Sie es auf diesem Gebäck versuchen. Für zwei Tassen Wasser 1 Teelöffel Hefe 1 Dessertlöffel Salz in Knitbehälter. Ich rühre sehr gut, dann bin ich auf dem extra vorgereimt. Ich mische weiter mit Spatel, bis mein Teig konzentriert dieses. Licht. Ich bereite einen Teig in der Konsistenz vor, der vom Doppelten, in diesem Rezept. Ich verwendete 5 Tassen Mehl in der gesamten Wasserglasgröße 200 ml. Wie in jedem Rezept habe ich dieses Rezept mit allen Materialgrößen verwendet. Wenn Sie zum Beschreibungsteil unterhalb des Videos hinzugefügt werden möchten, können Sie mit dem Blick auf den Headsecks beginnen, indem Sie es auf der Arbeitsplatte nehmen. Ich bin ziemlich müde, bis es zu einer völlig glatten Konsistenz kommt, öffne ich Böhrig. Es ist notwendig, Teig in Ihren Rezepten sehr gut zu kneten, weil Wie lange wird es so einfach geöffnet, wenn der Teig für eine lange Zeit geknetet wird, habe ich die Dimensionen gegeben. Wenn Sie sich erinnern, wie einfach der Teig geöffnet wird, wenn Sie mein Rezept vorbereiten, dann bleiben Schrägstrich. Suche Kös jeder Tochter Haarische Seife wird westliche Teigrezept Akwristle ein Sumptus Gebeter Femini Naiktu ist die meisten Labembaler, die Numerien Elbertsch als Tschierstedo für Aziathe Maske Most Challenge Ulkatorik High School Sie werden sehen, wie einfach der Teig geöffnet wird. Even diejenigen, die keine Hand geöffnet haben, bevor. Sie können leicht mit diesem Rezept vorbereiten. Ich schneide den Teig in zwölf gleiche Teile, nachdem er sich in Rollenform erstreckte. Und ich bereite meine Bienense vor, indem ich die Teigstücke in meiner Hand rolle. Nach der Vorbereitung von Tüchern bedecken ich es mit einem sauberen Beutel nach einem kleinen Schlupf auf den leichten Winkel des Teigs. Und ich lasse mich 10 Minuten ruhen. Nach 10 Minuten kaufte ich eine der Bienen, nach viel Mutter da ungesprengt. Ich begann mit einem Ochsen. Sie können auch Rolle in dieser Phase verwenden, wenn sie anders sind. Ich habe mit der Banane geschreddert, um mehr Mehl nach dem Öffnen zu erhalten. Dann nahm ich den Rand. Ich öffne weiterhin dieselbe Größe. Wie Sie bereits gesehen haben, wird unser Teig leicht geöffnet, weil es in einer engen Konsistenz ist. Ich öffnete alle in kurzer Zeit. Jetzt öffne ich den Teig. Ich öffne das Ereignis. Now ich kaufte zwei Finger fehlendes flüssiges Öl aus einem Wasserbecher. Und zuerst nahm ich das flüssige Öl in die Platte. Ich erhalten dann den Teig in die Einzelplatte. Und ich gehe aus flüssigem Öl, damit es keinen trockenen Platz gibt. In dieser Phase bin ich auf jeden Fall verzögert das flüssige Öl, sodass es keinen trockenen Platz auf dem Teig. Der Teig wird zusammenkleben. Sonst bleibt der Teig zusammen. 12 Ich faltete das Öl in den Erdgeschoss. Dann lasse ich den Rest mit einer sauberen Tasche. Ich bereite auch die innere Hommage des Böhr auf diese Weise vor. Ich verbrannte das Gold des Steinbruchs und nahm 300 Gramm Inke in meiner Pfanne. Jetzt fügte ich ein Viertel Teetersen flüssiges Öl hinzu und ich legte es in die Nerz nach dem schönen Rühren. Ich gehe zum Guten. Ich fügte zwei trockene Zwiebeln hinzu, die ich als Gericht gegessen hatte, nachdem die Eifersucht und Zwiebeln weiter kochen, bis sie noch erweicht waren. Ich röste mit vielen Zwiebeln. Es ist unglaublich lecker. Ich füge jetzt Salz und Gewürze dazu. Ich benutze Pfeffer, Pfeffer, Cumin und roten Pfeffer als Gewürze. Sie können die gewünschten Gewürze hinzufügen. Sie können auch die Menge der Gewürze reduzieren und multiplizieren. Ich werde den Beschreibungsabschnitt hinzufügen, wie ich die Dimensionen sagte. Ich ließ mich abkühlen, nachdem ich den inneren Mörtel vorbereitet hatte. Iga hörte eine halbe Stunde bei Raumtemperatur nach der Teigschmierung. Jetzt öffne ich zuerst den Teig. Ina am Öl auf dem Boden. Ich hörte eine halbe Stunde bei Raumtemperatur nach dem Versprühen des Zellstoffs von ARD. Jetzt öffne ich zuerst den Teig. Ich kaufte einen vom Teig von ARD. Ich beginne mit der Banane zu öffnen, nachdem ich etwas Fett genommen habe. Schauen Sie sich an, wie einfach der Teig geöffnet wird. Ich glaube wieder, war eine meiner Rezepte, die ich sehr vorbereitet. Ich gehe nur vom Teigrand. Der Teig wird in feiner Weise geöffnet. Dies kann kleine Käfig-Tränen beim Öffnen des Teigs sein. Das ist definitiv kein Problem. Ich faltete den Teig in Form der Höhle nach dem Öffnen des Teigs, da sie haben Oh kleine Tränen erscheinen nicht absolut. Ich lege den inneren Mörtel nach dem Falten des Teigs in Form der Höhle. Dann gebe ich die Form meines Rocks, indem ich es auf diese Weise von den Kanten falte. Ich bevorzuge die Bohren in Form von Bolle-Börek vorzubereiten. Ich habe Ölpapier unter dem von mir vorbereiteten Fleck gesprengt. Ich komme ins Tablett. Dieser weg. Ich öffne den restlichen Teig in der gleichen Weise. In der Zwischenzeit kaufte ich einen halben Teelöffel Flüssigöl. Ich gehe auf eine kleine Arbeitsplatte. Ich nehme es auch auf den Teig bei Durchfall. Ich habe ein flüssiges Wasserglas Öl insgesamt verwendet. Betrachten Sie die Elastizität des Teigs. Ein sehr flexibler Teig. Es ist absolut schön bei der Vorbereitung solcher Rezepte. Als ob es falsch ist, öffnet es sich. Suchen Sie Ballons, die auf der Vorbereitung von gebildet werden. Deshalb sieht unser Börek ohne weitere Landung sehr aufschlussreich aus. InteriaFloor ist Snap. Ein unglaublich leckeres Börek-Rezept. Danke für alle, die bauen und versuchen, zu diskutieren im nächsten Video. Willkommen zur Diskussion nächstes Video. Ich hoffe, ich habe die Kamera übergeben. Ich sage, du wirst keinen schönen Mönch essen. In der Zwischenzeit nehme ich kein Eigelb auf das Bein. Ich fahre lieber das verbleibende flüssige Öl unter die Platte. Ich habe im Ofen 200 Grad in der unteren oberen Zahl gekocht, die ich bereits von ARD gebissen hatte. Ich warte auf die erste Düse, nachdem ich den Käfer aus dem Ofen genommen habe. Dann gehe ich sofort zum Gewebetest. Schon gesucht? Die Schönheit des Böhr in der Mitte. Wenn Sie mein Rezept nicht mögen, vergessen Sie bitte nicht, die gleiche Taste zu drücken, einen Kommentar machen, wenn es klein ist und immer noch meinen Kanal abonnieren. Wenn Sie den Notrufring öffnen, kommen die Rezepte, die ich geteilt habe, sofort zu Ihnen. Hier kamen wir zum Ende eines schönen Rezepts. Vielen Dank, dass Sie mich sehen. Bleiben Sie mit Liebe, bis Sie in meinen Rezepten sehen. Viel Spaß! Vielen Dank, dass Sie in meinen Rezepten sehen.